Ja klar, ist ja klar. Das magische Händchen. Notmacht erfinderisch. Über die Tastatur, über den Strang. Der ist besser wie der Hund. Macht besser bei Fuß. Geil Lumpensack. Herzlich willkommen zum Farmblock 149. Das gehört auf Jubiläumszahl. Wie man sieht, die Wände ist schön weiss. Alles abtrichelt. Sieht sauber aus. Die Viecher haben sich prächtig eingelebt. Sie haben schon eine Sauerei gemacht. Wie schön. Wie schön. Gerade gibt es ein wenig Kraftfutter. Deswegen ist ein bisschen unruh im Stall. Völlig normal. Und jetzt werden wir mal das Silo zumachen. Normal ist das so. Wir fahren jede Silo an. Ein paar Meter. Machen sie wieder zu. Dass das hier vorne dran alles weg ist. Dass wir den Platz hier im Hof haben. Aber in letzter Zeit keine Zeitkette. Jetzt sind wir halt hier relativ weit drinnen. Egal. Jetzt ist der Plan hier eine saubere Kante hinzuschneiden. Wir sehen es ja dann gleich. Und dann oben die Kante ein bisschen brechen. Seitewand reinklappen. Links rechts. Folie oben runter. Mit Sandsegel reifen. Alles mögliche sauber zu machen. So weit wie es geht. Und dann wird das andere geöffnet. Ohne Raduce extraordinarily aus wie es geht. Und dann noch kommt weitererek jetzt hin. Ohne Raduce. Ich bin wieder da. Jetzt bin ich lang. So weit bis jetzt zusammen. I characters die als Patrick waube hier weiter weg. 你可以 bis zum Ausenschutzung生%. Bis zum nächsten Mal. 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 Links, rechts, links, rechts, blau netz. Nicht zu mir. Bis zum nächsten Mal. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Stinkerle. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielleicht kann es da halt nicht. Ciao, Boah. Das geht auch unter Freizeit. Ihr habt's geäst. Manchmal kann man ausweichen, wenn man so uns schlägt. Ah ja, voll komisch sein. Scheiße. So, jetzt. Siehst du, es hat eben beim Einbau mit Berücksichtigung. So, ungewohntes Bild. Das sind die Bucht draussen. Grob geputzt. Viecher. So, jetzt geht's. aus, die Restfarbe auf dem Boden verteilt und vor allem jetzt ist es auch viel heller jetzt, wenn da alles schön weiß ist. Habe ich mal so die Fenster innerhalb, ich brauche doch gerade ein Gargumaschen. Das wird ein bisschen weiße Kalgen geputzen. Ein bisschen viel. Ist das heiß? Ja. Ist das heiß? Wir brauchen die Pflichter oben. Ja. Hängen Sie hier drunter und müssen Sie anders suchen. Noo ey! Steh, ich würde noch anfangen. Na, was nicht, he? Auge, ich habe noch ein paar unter mich. Ach, nein, ich setz. Man kann mich nicht. Es passiert nichts. Wir sind eben nichts. Wenn man das schon umfassen kann, ist es okay. Jetzt versuche ich mich umfälliger zum Stolz heben. Du musst nur ein wenig nach unten mit den Heben stehren. So, du es war schon lange vorbei. Wie lange sind jetzt vorbei? Jungs, mit den Heben. Hopp! So, und jetzt schauen wir mal. Es war schrecklich. Es ist voll überraschlich. Ah, das schrecklich. Es ist voll überraschlich. Vorbei, ich wollte ja nicht. Unsere Tore. Ich weiß nicht, ob ich drückstehe oder gegenstehe. Mir ist ja egal, wie das sein Urlaub ist. Ich habe eine Krankheit. Wie so ein Kompteur. Jetzt kommen wir es rüber. Es ist eleganter. Der kommt. Soll er einen Läumen? Ich habe nicht gehört. Das war eine schöne Hilfe. So. Jetzt ist der Hanna wieder alles eingeräumt. Lampes nachgeputzt. Oh Gott, die jetzt nicht. Das magische Händchen. Genau. Die Fenster sind geputzt, wie ihr gesehen habt. Und jetzt können wir dicht herbekommen. Vorhin haben wir ja einen Siloballer runtergerollt. Und von dem zweiten Schnitt Futter. Den wir machen dürfen. Das Futter an sich ist ganz ok. Es war aber vorhin ein bisschen Schimmelschicht drin. Aber ich kann nicht mehr vorkommen. Irgendwas ist immer irgendwie mal. Das ist der Rest. Da ist einfach ein Haufen Futter drin. Aber es ist halt ewig lang. Das Zeug. Also. Schlecht riechen tut es nicht. So. Alles mal ist geschnitten. So wie jetzt da. Das geht. Aber alles mal ist es auch ewig lang. Gerade wenn das Silo noch aufgedeckt für morgen. Das nicht machen muss. Das ist halt immer am Anfang. Die Ecken sind halt immer ein bisschen problematisch. Da sitzt immer viel Schlechtes drin. Und dann die Anschützfläche halt. Dann später ist halt auch alles schlecht. Aber das Futter an der Hanna. Das ist jetzt ein wenig warm. Weil es die Ecke ist. Aber. Da ist ja kein Silomittel drin. In dem Silo. Und. Gut. Es hat ja Zeit zum durchzuliehen. Aber das ist. Gut. Kann man nichts sagen. Wir sind ja noch Richtung Sonnenuntergang. Spazieren. Gucken wir mal jetzt noch das Gras an. Also wegen mir könnte es jetzt ruhig 3-4 Wochen trocken sein. Und jetzt noch mal ein Silo geben. Ja. Guck. Das Waldegras da hinten. Ist alles schon zusammengefahren. Aber das ist fast so hoch wie damals, wo wir es gemeint haben. Zwar auch nicht mehr so dicht. Es sind schon ein paar Lügen, wenn man dabei ist. Aber jetzt gehen wir mal da her, wo man nicht so viel rumgerückt ist. Da hat er. Da hat er. So sieht man dann. Ist schon. Gut. Oder. Grün hollen. Mit dem Ladewagen. Mit dem Ladewagen. Das gibt den Schiss. Mit dem Ladewagen. Sprit haben wir. Also. Los geht's. Gerade alles geschwätzt. Gerade die Kamera gar nicht an. So tut er. Also im Hintergrund liegen wir. Wagen mit Folie. Und Müll. Und einem Brett. Jetzt fahren wir bei den Rindern drüber ein Tor zu flicken. Zumindest nur dürftig. Weil das ist ein bisschen mehr Geschäft. Da muss ein bisschen mehr Bretter und Werkzeug auch rücken. Die anderen denken gerade das Werkzeug aufladen. Ich fahre schon mal los, weil ich eh langsamer bin. So. Flicken müssen wir da wieder einiges. Pudertisch. Ist schon brettlos. Bei beiden Gruppen. Und so weiter. Das Tor muss geflickt sein. Weil. Da glotzen schon den Hofen aus. Die Viecher. Irgendwann drücken sie voll durch. Und dann sind sie halt frei. Das wollen wir auch nicht. Jetzt einen kleinen 39er mal ein bisschen. Ein bisschen gegengelassen. Herrlich. Ich fahre gar mit dem 39er. Sieht doch schön aus da. Gell? Die ganze bunte Dänker. Mit meinem Scheibenzauberwerk. Gell? Gell? Ja. Wir sind nicht derzeit raus. Ich frage das bei 사람 nach. Niederbinden. Die einzelnen reginen. Die Böden. Nachschirm. Die Böden. Die Böden. Das war's für heute. Sollte Ja, kann man mal machen. So kann man auch noch hängen. So holen wir unseren Siloball, unser Heu. Das Heu haben wir gekauft. Hier sieht man, der Haufen ist schon ordentlich geschrumpft. Zweiter Schnitt, hier ist noch ein bisschen, zweiter Schnitt runter und erster Schnitt. Schön gucken, was in der Strohabdeckung macht. Ich hoffe, dass da irgendwie ein Loch drin ist, wo sich der See bildet. Aber ansonsten sieht es gar nicht schlecht aus. Hier ist Siloball als Beschwerde die beste Idee gewesen. Da ist alles schön kanteckige Ballen. Das hören wir ja gestern auch noch am Hof. Die haben wir jetzt runtergerollt. Die waren eigentlich, die Außenwahl ein bisschen schlecht hat. Das kann auch vorkommen. Aber gefressen hätten sie es wie die Weltmeister das Futter. Also schmecken tut es. Und da haben wir nachher gedacht, es gibt noch mehr. Ich würde hier nochmal. 1-2-3, 2-3, 3-3, 4-5. 12 Baller. 1-2-3, 4-4, 4-5, 5-6, 8-4, 488. Na 50 Ballern den er hierhin gebracht. So, dass wir hier unseren Bereich nicht so arg ausweiten. Aber wie gesagt, Futter ist genug da, deswegen können wir alles mal was holen und ich denke demnächst fangen wir mal an das Weidelgras zu füttern. Oder besser, wenn die Silos alle angefahren sind vielleicht. Weil ständiger Futterwechsel ist auch nicht gut für die Kühe. Konstanz ist immer wichtig und deswegen ist das Silo anfahren immer ein bisschen nicht so gut. Vor allem gerade haben wir ein bisschen Rindergrippe im Stall. Da ist einfach noch wichtiger, dass das Futter noch passt. Jetzt mal schauen, was der Klaus und Nico machen. Haltstab zuerst den Wagen aufräumen, das ist auch mal so ein Theater. Das ist auch ein Theater. Machen 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 Notmachterfinder ist. Was gibt das? Du musst es rausschaufeln oder was? Ja, es gibt das, das finde ich da an der Kante hin. Das ist ja gar nicht so weit hergehend, das ist ja angst, Kenne. Ich weiß nicht, wie man die Weisen verlässt. Gute Schnur. Das ist schon arg weg. Fällt mir nicht arg weg. Aber den Kopf, Kenne, sollte man nicht mehr raus strecken. Notmachterfinder ist. Er bracht keinen Kopf durch, würde ich behaupten. Nein, kein Fall. So fressen sie auch kein Stroh weg am Rand. Klaus? Was soll das bringen? Da haben sie auch kein Stroh weggefressen. Weil die haben langsam das Tor schön demoliert, die Eubretten nach Waren rausgerissen. Und das ist ja bloß durch diesen Eisebügel gesichert. Eigentlich gar keine dumme Idee. Bloß wenn sie halt weiter raus drücken, jetzt geht's nicht, ist halt noch mit größeren Spalten. Und dann, wenn mal der Kopf durch ist, dann drücken sie halt mit den Schultern. Und dann, ja, wackelt immer mehr und wird immer mehr rausgerissen, bis halt mal der Hanne im Hof stand dort. Und wollen wir nicht. Jetzt wird mal schön gepflegt, weil das der Hanne reparieren. Da musst du mit Viecher raus da, dass du dann ruhig arbeiten kannst. Und dann alles sauber miteinander verschrauben. Ja, vor allem das Schlussstück. Läuen da. Also das, was dann hier am Ende überlappend nachkommt. Das ist auch schon weg gewesen. Ich gucke mal die Becken. Ah ja. Boah, der A-Gapper. Werden wir sehen. Was? Der A-Gapper. War meine Idee. Gell, ohne mich. Ich muss Baustahl, das ist relativ weich. Schwimmer. 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 So. Die nächste Sicherung ist auch eingebaut. Jetzt können sie schon gar nicht mehr recht austricken. Jo. Das hat man schon immer so gemacht. Man macht es auch weiterhin so. Elster, was geht ab? Strahl, Elster. So sieht es von innen aus. Ja. Gut. Die Schnür können sie ja abfressen. Aber. Das klangt. Gell. So. 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 Das war's. So, alles abgeladen, ja das sind unsere Baller von dem Haufen da oben, die halt nach und nach trotzdem irgendwie Wasser abkriegt hätten und jetzt wird's halt sein, dass wir die wirklich verschaffen, hauptsache auf der Seite war's noch gut, wahrscheinlich war's einer von der oberen, ja Mais auch schon drinnen. So, da habe ich noch eine Hauballerei gesetzt, das ist ein Futter-Strohballer, den wir jetzt davor füttern, in Scheibenweise, weil der kleine Baller- oder Schindel-Ballerverbrauch ist gerade relativ hoch und wir füttern da gerade am Tag sechs Stück oder so, das ist ein bisschen viel, weil da ist oben unser Lager gleich leer und, sagen wir mal so, dass wir noch gute Baller von oben rauskriegen, ein paar hat's schon drinnen, da werden wir die auch mit verschaffen, was weg ist, ist weg. Da soll ich das fertig und vor allem, das Stroh ist ein wenig besser, ein wenig kürzer geschnitten, wie jetzt unsere kleinen Schindel-Baller, weil die sind nicht abgeschnitten, das heißt, im Mischwagen löst sich das auf jeden Fall schneller und leichter auf, was auch wirklich ist. So, Viecher. So, gerade Nacht. Bis Sache ist. Alles was wackelt und nuddelt, das liebe Rinder und Kühe. Da wird auch rumgemacht, bis es auseinander fliegt, bis es abbricht, bis es kaputt ist. So, hier ist jetzt jeder einzelne Platz belegt. Viele trockengestehende Kühe und jetzt auch mittlerweile sieben Kalbinnen, also Rinder, die das erste Mal tragen, die jetzt aufäutern, das ist ein Zeichen, dass sie bald kalben wollen. Die sind jetzt auch hier unten, dass sie halt hier unten abkalben können, dass man halt auch zur Not helfen kann. Und oben ist ja auch ein Gülleschieber. Und da wäre es auch geschickt, wenn sie da oben kalben täten. Weil der Gülleschieber läuft nachts automatisch und dann ist zack, die Kalbleben gewirkt. Ist auch schon passiert, aber bisher immer glücklich ist das Kalb ausgegangen. Dann musste man halt den Scheiß reinsteigen und das rausholen, aber ist noch nie eins kaputt gegangen dabei. So. Eigentlich hätten wir noch zwei Kühe zum Trocken stellen. Geht aber nicht, weil kein Platz da ist. Deswegen wäre es geschickt, wenn man euren Kalben täte. Und dann nach paar Tage kann die auch noch. So. Hier, habe ich ja gestern gesagt, den wir Stroh nehmen zum Füttern. Da haben wir ein paar Scheiben raus, den Rad hat sich auf den Mischwagen reinschmeissen. Weiter. Da haben wir gerade jeden Tag von den linken Ballen, den dem zweiten Schnitt, nur händisch euren Ballen runterrollen. Ganz einfach. Weil ich kann es auch rein im Hof machen wollen. Das ist eigentlich ganz schlecht, das Rollen. Bloß zu zweit probieren. Hm, müsste auch funktionieren. So sieht es aus. Jetzt noch ein bisschen Futter fahren, so wie immer halt. Und dann ist diese Woche auch wieder zu Ende. Und es gibt leider nächste Woche kein Video. Weil ich bin nächste Woche auf der Akketechnika. Einen Tag zumindest. Und den Rest von der Woche bin ich bei meinem Onkel. Die will ein paar Tage wieder fortfahren. Da darf ich ja auch Stalldienst machen und so weiter. Und natürlich auch bei der Oma einen Besuch machen. Gut, das haus nicht mehr dran. Egal. So. Deswegen sage ich jetzt, Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut und bis übernächste Woche. Dann kommt wieder ein Video. Macht's gut. Ade. Köter. 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 Oh, Hundle. Schäfer, Taustier, da liegen. Zickere Hunde. Oh, oh, oh. R focusesical. Moin Dolas. Tiro được. Kanada. senhor. Eila. Peter.